Ein Junge geht zum Supermarkt Schau mal drüber nach, muss das wirklich sein? Plastikteppich im Ozean Tausend Wale sterben dran Du fragst, was du tun kannst Dein Freitag für die Zukunft Dein Freitag für die Zukunft Schau dich doch mal um, dreh dich rundherum Mach die Augen auf, oh, wir geben Licht auf Dein Freitag für die Zukunft Ein Mädchen fliegt nach Paraguay Will dort einfach Urlaub machen Ihr Flug verursacht CO2 Auch wenn die meisten rüber lachen Dann sieht sie große Bagger Die fahren in den Oberdrein Und töten alle Bäume Muss das wirklich sein? Menschen pflanzen dort Soja an Das wird Futter für die Tiere dann Denn mit Soja wachsen sie schneller So kommt unser Schnitzel auf den Teller Du fragst, was du tun kannst Dein Freitag für die Zukunft Dein Freitag für die Zukunft Dein Freitag für die Zukunft Schau dich doch mal um, dreh dich rundherum Mach die Augen auf, oh, wir geben Licht auf Dein Freitag für die Zukunft Was kann ich tun? Was kann ich tun? Weniger fliegen Was kann ich tun? Weniger Autofahrt Was kann ich tun? Weniger Fleisch Was kann ich tun? Weniger Plastik Was kann ich tun? Viel mehr Bewusstsein Was kann ich tun? Für das Wohl der Tiere Was kann ich tun? Ein kleines bisschen mehr Mitgefühl Für diese Welt Dein Freitag für die Zukunft Dein Freitag für die Zukunft Schau dich doch mal um, dreh dich rundherum Mach die Augen auf, oh, wir geben Licht auf Dein Freitag für die Zukunft Dein Freitag für die Zukunft Ein kurzer Kloiber Drehgericht Ausatmen Schau dich doch mal um, dreh dich Was kann ich... ... ... ... Vielen Dank.